Heute teste ich für dich die IMU Bullet 2E Überwachungskamera. Hi, ich bin Holger vom LoginTechBlog und ich habe von der Firma IMU eine Bullet 2E Überwachungskamera zum Testen bekommen. Diese packe ich jetzt gleich mal aus und dann schauen wir mal rein, was in der Schachtel so alles drin ist. Ich habe schon mal alles ausgepackt und jetzt schauen wir uns mal an, was da so alles drin ist. Also wir haben zum einen unser Steckernetzteil mit einem 3 Meter Kabel, dann haben wir eine Dokumentation auf verschiedenen Sprachen, so ein Garantieheft, nochmal den Quickstart Guide, auch in Deutsch natürlich. Dann haben wir ein Garantiebestätigungs-Bad mit entsprechend auch noch irgendwie einer Giftkarte, da kriegst du was umsonst, wenn du dich registrierst. Dann haben wir nochmal die Service-Hotline auf verschiedenen Sprachen und eine Bohrschablone, das ist ganz interessant. Die Kamera kann man dann an die Wand schrauben und dazu brauchst du natürlich auch ein paar Schrauben. Diese Schrauben mit Dübel hast du entsprechend hier. Dann haben wir natürlich auch die Kamera, das Herzstück, ein bisschen schmutzig, so schaut die aus. Das heißt, wir haben vorne entsprechend die Kamera mit zwei Scheinwerfern, das ist ganz interessant, das werden wir uns anschauen. Dann haben wir noch eine Kontrollleuchte, ein Mikrofon und entsprechend versteckt dort hinten auch noch Infrarotstrahler. Dann haben wir hier die entsprechenden MIMO-Antennen, die hier außen angebracht sind, die man dann vielleicht noch verstellen kann, um den Empfang zu verbessern. Wir haben ein Kugelgelenk, damit kann man entsprechend die Kamera, wenn sie befestigt ist, ausrichten, kann die dann hier beliebig verdrehen. Hier hast du entsprechend eine Kreuzschraubendreher-Schraube, mit der du entsprechend das dann halt feststellen kannst. Hier hast du das Kabel, das kannst du einmal mit einem Netzteil anschließen. Das Netzteil ist dabei, das ist der Anschluss dafür. Und wenn du kein WLAN hast, kannst du das entsprechend auch hier mit normalem Ethernet benutzen. Damit das Ganze auch, weil die Kamera ist IP67 zertifiziert, sprich die ist staub- und wassergeschützt, damit das Ganze natürlich auch hier nicht reinläuft, wenn du Ethernet benutzt, hast du entsprechend hier nochmal eine Überwurfmutter mit einem O-Ring und kannst das Ganze dann hier mit deinem Netzwerkkabel absichern. Was natürlich ein bisschen blöd ist, für deinen Stromanschluss ist das einfach nur eine Steckverbindung und die ist nicht wassergeschützt. Also da solltest du, wenn das natürlich etwas Feuchtigkeit exponiert ist, vielleicht einen Schrumpfschlauch drüber machen und den dann entsprechend abdichten. Gut, die Kamera, ich mache mal das Zubehör hier weg, damit uns das hier nicht stört, zack. So, die Kamera, die schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Die Kamera hat hier unten nochmal zwei Schrauben, mit denen kannst du entsprechend diese Blende abschrauben und dort deine SD-Karte reinstecken. Ich habe das schon mal gemacht. Da ist eine 64 GB SD-Karte für lokale Aufzeichnung. Hier entsprechend hast du deinen QR-Code. Ich halte ihn mal zu. Mit diesem QR-Code entsprechend kannst du das Gerät dann in deine App hinzufügen. Und ja, wir schauen uns jetzt mal an, wie die Konfiguration so funktioniert und was die Kamera so alles drauf hat. Die Installation geht eigentlich ganz einfach. Du gehst in den Google Play Store oder in den App Store und lädst dir die IMO Live App herunter. Danach fügst du mit dem hier unten aufgedruckten Barcode deine Kamera hinzu und verbindest diese mit deinem WLAN. Das geht über einen Assistenten ganz einfach, funktioniert ähnlich wie bei anderen WLAN-gesteuerten Geräten in deinem Netzwerk. Die Kamera arbeitet an sich, wenn du die über WLAN konfigurierst, mit 2,4 Gigahertz. Allerdings musst du jetzt auf eines achten. Wenn dein Router auf Kanal 13 läuft, wird er diese Kamera nicht finden. Die Kamera unterstützt Kanal 13 im Auslieferungszustand nicht. Das Problem hatte ich. Ich musste dann auf meiner Fritzbox entsprechend den WLAN-Kanal für 2,4 Gigahertz verstellen. Ich habe den dann so auf 7 gestellt und dann hat er die Kamera auch gefunden. Wenn die Kamera dann montiert ist, kannst du die Daten, sprich die Aufzeichnung, entweder auf deine lokale SD-Karte, die du hier einbauen kannst, aufzeichnen. Oder es gibt einen Cloud-Dienst. Dieser Cloud-Dienst ist relativ flexibel buchbar. Das sind von 3 Tage, 7 Tage oder Monats-Abos mit verschiedenen Preisstufen. Da kannst du dich einfach mal reinklicken. Ich habe, wie gesagt, eine 64 GB Karte eingebaut. Das heißt, ich habe den Cloud-Dienst jetzt erstmal nicht benutzt. Du kannst entscheiden, was du machst. Wenn du das testen willst, kannst du auch ein kostenloses Probe-Abo dort abschließen, um dann zu schauen, ob die Cloud-Aufzeichnung für dich in Frage kommt. Jetzt schauen wir uns erstmal die Hardware-Features der Kamera an. Zum einen LAN, WLAN, 2,4 Gigahertz mit MIMO-Antennen. Zwei entsprechende Scheinwerfer, die eingebaut sind mit einer kleinen Linse. Also die sind schon ziemlich hell. Dann haben wir eine 2 Megapixel-Kamera eingebaut. Und Infrarotscheinwerfer für eine schwarz-weiß Nachtsicht. Weiterhin ein Mikrofon, das heißt, das kann man dazuschalten. Wird auch bei der Aufnahme verwendet, damit man hören kann, was da auch so passiert. Allerdings ist die Qualität, wie auch bei anderen Kameras, eher ein bisschen schlecht. Aber man hört schon, was da so gesprochen wird, beziehungsweise was sich da für Geräusche entwickelt haben. Und dann schauen wir uns mal die Einstellungsmöglichkeiten in der Software an, was wir da alles für Features haben. Kommen wir zum Thema Nachtsicht. Die Kamera hat vier verschiedene Nachtsicht-Modi. Standard-Infrarot-Modus bedeutet, es geht ein kleiner Infrarotscheinwerfer an, der in der Kamera eingebaut ist und hält entsprechend die Umgebung mit Infrarotlicht auf. Und der Sensor wird auf schwarz-weiß geschaltet und hat entsprechend dann die Verstärkung des Lichts und kann dann eine schwarz-weiß-Infrarot-Nachtsichtaufnahme durchführen. Das nächste wäre das Nachtsicht mit dem entsprechenden Scheinwerfer. Ich habe ja zwei Scheinwerfer dort eingebaut. Diese gehen dann an und hellen praktisch die Umgebung auf. Der andere Modus ist entsprechend der Nachtsicht ohne Scheinwerfer. Da versucht die Kamera durch Erhöhung der Empfindlichkeit entsprechend dort mehr Licht reinzubekommen und dann entsprechend ein Farbbild darzustellen, was mit so einer Restlichtverstärkung funktioniert. Ist, wenn da so Straßenlaternen sind, eigentlich ein sehr, sehr gutes Bild. Wenn es natürlich stockdunkel ist, hilft das auch nicht. Und dann haben wir das smarte Nachtsicht. Das ist eine Kombination aus allem drei. Die Kamera entscheidet dann, wenn es zu dunkel ist, dann wird entweder der Scheinwerfer eingeschaltet beziehungsweise der Scheinwerfer wird eingeschaltet, wenn Bewegungserkennung ist. Und ansonsten ist es dann halt eine Infrarot-Nachtsicht. Und dementsprechend, wenn nichts passiert, dann läuft die Infrarot. Und wenn jetzt jemand durchs Bild läuft, dann geht der Scheinwerfer an. Und dementsprechend wird die Nachtsicht dann umgeschaltet auf dieses Nachtsicht mit entsprechend den Scheinwerfern. Und das funktioniert ganz gut. Allerdings, wenn man das irgendwie im Außenbereich hat, wo das öffentliche Bereich ist, dann ist es ziemlich blöd, wenn man dann irgendwie andauernd irgendwie die Scheinwerfer einschaltet, weil es dann halt auch vielleicht die Umgebung irgendwie ein bisschen stört. Da muss man dann entsprechend entscheiden, wo man das Gerät platziert und wie man entsprechend die Nachtsicht dann einstellt. Zusätzlich kann ich dann noch zu dieser Nachtsicht dort eine Aufgang-Aufhellungsempfindlichkeit einstellen. Das heißt, wie stark verstärkt wird, wie stark diese Infrarotscheinwerfer entsprechend dort strahlen und wie die Empfindlichkeit der Kamera ist. Da musst du einfach mal ein bisschen ausprobieren, was für deine Umgebung dort die beste Einstellung ist. Weiterhin hat die Kamera ein eingebautes Mikrofon. Mit der kann ich entsprechend hören, was dort in der Umgebung los ist, was gesprochen wird, wie auch immer. Dieses Mikrofon kann ich bei der Standardansicht, wenn ich in die Kamera reingehe und mir ein Livebild anschaue, dann aktivieren, standardmäßig ist es deaktiviert. Bei der Aufnahme wird der Ton aber immer mit aufgezeichnet. Die Kamera hat keinen Lautsprecher, das heißt, ich habe keine Gegensprechfunktion. Ich kann also nicht reinsprechen und dann sagen, hey, geh von meiner Tür weg oder was auch immer. Das funktioniert nicht, das unterstützt diese Kamera nicht. Der Ton geht immer nur in eine Richtung. Weiterhin hat die Kamera eine Bewegungserkennung. Ich kann Bewegungszonen ganz einfach markieren. Das heißt, in diesem Fall sind die Zonen, die aktiv sind, die ich markiere, die werden dann für die Aufzeichnung entsprechend benutzt. Das heißt, wenn sich dort was verändert, dann beginnt die Aufzeichnung auf die Cloud beziehungsweise auf den lokalen Speicher. Und die Kamera hat zusätzlich noch eine intelligente AI-Erkennung. Die soll gewährleisten, dass Menschen erkannt werden. Das heißt, Menschen werden anhand von gewissen Merkmalen, Gesicht, Körper, Augen, was auch immer erkannt. Und ich bekomme dann zum Beispiel eine Push-Nachricht, dass dort eine Person erkannt worden ist. Also nicht nur eine Bewegung, sondern es wird sogar differenziert zwischen einer Bewegung und einer Person. Und dementsprechend kann ich auch einstellen, ob dann nur Personen erkannt werden sollen und dann auf die Aufzeichnung beginnt. Das heißt, wenn ein Hund durchs Bild läuft, dann ist es der Kamera dann ziemlich egal. Und wenn Menschen dort erkannt werden, dann wird eine Aufzeichnung gestartet. Also das ist diese AI-Erkennung bei dieser Kamera. Der Zugriff auf die Kamera ist auch ganz einfach möglich. Du startest deine IMO Live-App auf deinem Smartphone und verbindest dich mit der Kamera, kannst dort das Live-Bild dir anschauen oder auf die Aufzeichnung zugreifen und entsprechend anschauen. Von außen geht das auch ohne Konfiguration deines Routers oder irgendwelchen DIN-DNS-Einstellungen. Einfach die App öffnen und entsprechend dort auf die Kamera beziehungsweise auf die Aufzeichnung zugreifen. Du kannst von extern auch entscheiden, ob du dir das Ganze in SD oder in HD anzeigen lassen möchtest, dementsprechend, was du für eine Leitungsverbindung hast. Mir ist aufgefallen, dass die Verbindungsgeschwindigkeit sehr, sehr schnell ist. Das heißt, ich starte die App, drücke auf die Kamera und dann dauert es 1 bis maximal 1,5 Sekunden und dann habe ich sofort ein Live-Bild. Die Latenzen sind auch sehr, sehr gering. Also ich habe das mal geschaut, ich habe aus dem Fenster geschaut und habe die Kamera aus dem Fenster gehalten und wenn da jemand vorbeiläuft, dann sieht man das auch in der App mit einer sehr, sehr kurzen Verzögerung. Da habe ich schon andere Kameras getestet, wo die Verzögerung doch teilweise Sekunden war. Das heißt, der war schon gar nicht mehr im Bild und dann habe ich es erst auf meinem Handy beziehungsweise dann auf dem Smartphone in der Live-Überwachung gesehen. Also das ist hier sehr, sehr gut gelöst. Das funktioniert einwandfrei. Weiterhin kannst du auch ein Passwort auf deine Kamera vergeben und dann über RTSP auf die Kamera zugreifen, um die zum Beispiel in MotionEye zu integrieren oder über einen VLC-Browser dort auf die Kamera zuzugreifen oder was auch immer. Also RTSP ist unterstützt und ich werde dir mal in meinem Blog entsprechend die Adressen dort verlinken, wie man auf die Kamera zugreifen kann. Das heißt, wenn du diese Kamera benutzen möchtest, um das auf anderen Geräten aufzuzeichnen, wie zum Beispiel MotionEye, dann schau einfach auf meinen Blog. Da erkläre ich dir nochmal ganz genau, was du dort dann eingeben musst. Du musst dir nur entsprechend dein Passwort vergeben und dann kannst du darauf zugreifen. Kommen wir zum Fazit der IMU Bullet 2e. Was sind die Pros? Zum einen das stabile Gehäuse, die gute Einstellmöglichkeit, das Metallgehäuse, die IP67-Zertifizierung sprechen für ein sehr wertiges Gerät. Alle entsprechenden Teile sind mit Gummidichtung abgedichtet. Also ich finde die Verarbeitung doch schon sehr, sehr gut. Hat mich wirklich überzeugt. Das Bild der Kamera, sprich die Aufzeichnung oder auch das Live-Bild im HD-Bereich, machen auch einen sehr, sehr guten Eindruck. Also das Bild ist immer scharf. Auch bei Nachtsicht insbesondere ist das Bild immer klar zu erkennen. Je nachdem, welchen Modus man benutzt, ob das jetzt Nachtsicht mit Infrarot oder mit dem entsprechenden Rampenlicht, aber da kommen wir gleich zu, ist das Bild immer gut erkennbar. Also hat mich überzeugt. Weiterhin der doch günstige Preis mit einem Listenpreis von 60 Euro spricht auch für das Gerät. Die Cons, sprich was spricht nicht so für die Kamera, beziehungsweise wo ist noch Room for Improvement, ist ganz klar teilweise die schlechte Übersetzung der App. Also da klingt das teilweise echt lieblos durch den Übersetzer gejagt. Wie gesagt, diese Scheinwerfer heißen Rampenlicht. Warum auch immer. Wenn man ein Bild für die Kamera einstellen möchte, heißt das Brauch. Er schließt sich mir auch nicht. Also manchmal muss man echt überlegen, was sie damit meinen. Also die Übersetzung kann echt noch verbessert werden. Aber was ich viel schlimmer finde, ist wie dort mit Aufzeichnungen umgegangen wird. Die Kamera speichert in meinem Fall jetzt die Aufzeichnung auf einer lokalen SD-Karte. Ich kann ganz normal auf diese Aufzeichnung zugreifen. So weit, so gut. Ich navigiere in den Bereich, sehe meine Aufzeichnung. Erster kleiner Kritikpunkt. Die Aufzeichnungen haben kein Thumbnail. Das heißt, ich muss immer in die Aufzeichnung reingehen, um zu sehen, was da los ist. Ein Vorschaubild wäre da echt hilfreich. Dann ist das Zweite. Ich kann mir die Aufzeichnung anschauen. Ich kann mir alle Aufzeichnungen anschauen. Ich kann vor- und zurückspulen und so weiter. Aber ich kann es von meinen Aufzeichnungen nicht exportieren. Und jetzt muss ich entweder ein Foto machen. Da gibt es extra so ein Symbol. Klickst du auf Foto und dann macht er, währenddessen du die Aufzeichnung abspielst, ein Foto. Oder du kannst auf einen Aufnahme-Button drücken und dann machst du von der Aufzeichnung eine Aufzeichnung. Und dann hast du eine Liste mit deinen lokalen Aufzeichnungen, wie es dann heißt. Und diese kannst du exportieren, um sie dann halt irgendwie weiter zu verschicken oder im Falle einer Überwachungskamera für eine Beweissicherung und so weiter. Also das finde ich extrem umständlich. Ich hätte mir gewünscht, ich gehe in die Aufzeichnung rein und habe dann dort einen Button, exportieren, teilen oder was auch immer, wie man das eigentlich heutzutage erwartet. Nein, in diesem Falle spiele ich die Aufzeichnung ab und mache von dieser Aufzeichnung eine Aufnahme, mit der ich dann in meinem lokalen Speicher entsprechend die Aufnahme weiter verteilen, speichern oder wie auch immer kann. Das finde ich, ja, ein No-Go. Also da muss auf jeden Fall noch dran gearbeitet werden. Ich weiß allerdings nicht, wie sich das verhält, wenn die Aufzeichnung in der Cloud ist, ob ich dann die Möglichkeit habe, dort eine Aufzeichnung direkt zu exportieren oder ob ich genau den gleichen Weg, wie ich gerade beschrieben habe, gehen muss. Also das kannst du dir vielleicht mal anschauen. Normalerweise braucht man das nicht so häufig, deshalb, naja, kann man da vielleicht am Anfang noch drüber hinwegsehen. Aber ich werde das auch als Feedback an IMU weitergeben, dass das eigentlich ein No-Go ist. Also da denke ich mal, wäre für eine neue Version der Software doch schon ein Feature für den Export einer Aufnahme eine echte Verbesserung. Außerdem ist das Gerät ziemlich groß, aber das ist bedingt dadurch, dass es vielleicht auch extrem große, etwas größere Linse hat mit den Scheinwerfern und dem robusten Gehäuse. Andere Kameras sind da doch wesentlich kleiner und jetzt auch mit den abstehenden Atten, das wäre auch so ein kleiner Negativpunkt. Kommt natürlich immer darauf an, wo du entsprechend diese Kamera platzieren möchtest. Noch ein kleiner Disclaimer, ich habe diese Kamera kostenlos zum Test zur Verfügung gestellt bekommen, was allerdings meine Meinung über diese Kamera nicht beeinflusst. Wenn du dich für diese Kamera interessierst und dich diese überzeugt hat, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung a den Link zu meinem Blog, b den Link zu Amazon, wo du diese Kamera dort käuflich erwerben kannst. Und damit das Ganze für dich auch interessant ist, packe ich dir auch einen Gutscheincode rein, kriegst du 20% Nachlass auf die Kamera, wenn du dann entsprechend über diesen Link reingehst. Ich habe allerdings gemerkt, dass die Kamera manchmal schon in einer Aktion ist. Das heißt, wenn die unter 59,99 ist und da schon ein Gutschein von 20 Euro Rabatt dort bei Amazon angegeben ist, funktioniert mein Gutscheincode nicht. Also Rabatt vom Rabatt wirst du nicht kriegen. Wenn die Aktionen bei Amazon nicht sind, dann greift mein Gutscheincode. Ansonsten ist ja sowieso schon eine Aktion auf der Kamera drauf. Also nicht verwundern und mir dann keine Kommentare reinschreiben, der Gutscheincode geht aber nicht. Der geht nur, wenn keine andere Aktion läuft. Also einfach mal nachschauen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Ich danke Imo zur kostenlosen Leihstellung dieser Kamera. Und wenn du weitere Videos von mir nicht verpassen willst, dann abonniere einfach meinen Kanal und gib mir ein Like, wenn das Ganze für dich hilfreich war. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.